Wir sind in der vielleicht besten Creperie in Revenon, in der Creperie Haris. Und weil wir auf Diät sind, haben wir eine leichte Crepe bestellt. So in etwa sieht das aus. Mit Käse, Tomate, Schinken, Champignons und so weiter. Es gibt hier sehr viele Sorten von Crepes und Waffel. Müsst ihr mal probieren. Sehr lecker. Und sehr beliebt auch hier bei den Leuten, bei den Revenonen selbst und generell auch bei den Griechen. Creperie Haris in der Altstadt.